Hallo und herzlich willkommen. Was glaubt ihr, sind eure Daten schon mal gehackt und geklaut worden? Also zum Beispiel der Benutzername, also eure E-Mail-Adresse, Passwort oder andere persönliche Daten wie Geburtsort, Geburtsdatum, Wohnort, Telefonnummer und so weiter. Das sind ja alles sensible persönliche Daten. Sind die eurer Ansicht schon mal geklaut worden? Und ich meine jetzt nicht bei eurem Gerät, bei eurem Smartphone oder eurem Computer oder Tablet. Das kriegt ihr in der Regel nämlich gar nicht mit, wenn sowas geklaut wird. Ich meine, wenn sie ganz woanders geklaut wurden, das ist das viel größere Risiko. Denn ihr vertraut ja eure Daten ununterbrochen Online-Diensten und großen Firmen an. Zum Beispiel, wenn ihr euch registriert, wenn ihr ein Konto anlegt, wenn ihr irgendwas einrichtet oder sogar kauft, dann hinterlasst ihr Daten und es wird sehr, sehr häufig in solche Systeme, in solche Dienste, Server eingebrochen und durch Tricks oder eben durch Einbrüche Daten abgegriffen im ganz, ganz großen Stil. Und die werden dann klammheimlich weiterverwendet. Die werden verkauft, diese Daten, an Menschen, an Betrüger, die diese Daten benutzen können. Und irgendwann werden sie sogar auch kostenlos verteilt. Und das erklärt zum Beispiel, warum ihr so oft E-Mails bekommt oder SMS-Nachrichten bekommt, wo der Name stimmt, vielleicht das Geburtsdatum stimmt, etc. Und bei solchen Nachrichten und Mails reagiert man natürlich schneller, weil man denkt, da kennt mich jemand. Es ist wirklich wichtig zu wissen, ob man schon mal Opfer von so einem Data-Breach, nennt sich das, geworden ist. Das Ergebnis von einem Heckangriff oder Abschnorcheln von Daten, das könnt ihr tatsächlich rausfinden. Und das solltet ihr auch rausfinden. Und wie das geht, ist Thema heute in meiner neuen Folge. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier wieder bei einer neuen Folge vom Netz-Scanner seid. Toll, dass ihr diese Folge euch anschaut. Und gerne mal gleich der Hinweis, wenn euch irgendwas durch den Kopf geht, schreibt gerne die Kommentare auf und kommentiert. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Seid ihr derselben Ansicht, habt ihr andere Ansichten? Wollt ihr irgendwas loswerden, dann kommentiert bitte sehr gerne. Lasst mir gerne auch ein Like da und natürlich ein Abo, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Wenn es neue Videos gibt und der Algorithmus auch weiß, hier ist was los, dann kriegen nämlich mehr Menschen. Das ist meine Erfahrung, dieses Video zu sehen. Und das wäre ja wirklich sehr, sehr schön. So, kommen wir zum Thema Datenklau. Das ist ja immer wieder in der Presse. Da sind Millionen Daten geklaut worden. Da sind Millionen Daten geklaut worden. Wenn man Glück hat, wird man vielleicht als Betroffener informiert von den großen Online-Diensten oder Social Media Networks. Aber bei weitem nicht immer und oft auch erst sehr, sehr spät. Wie soll man also wissen, ob man schon mal Opfer von irgendeinem Heckangriff geworden ist? Da gibt es Hilfe und da gibt es eine Webseite und die möchte ich euch heute vorstellen. Und deswegen gucke ich mal ein bisschen zur Seite, weil mein Monitor hier an der Seite steht. Und diese Webseite, die ist wirklich ein Knüller und die hat es wirklich in sich. Das ist sie hier. Die heißt Have I Been Pawned? Eine englischsprachige Seite. Sie ist im Jahr 2013 gegründet worden von einem Australier und der heißt Troy Hunt und so sieht er aus. Es gibt sogar eine sehr ausführliche Wikipedia-Informationsseite über den Dienst Have I Been Pawned. Have I Been Pawned heißt so viel wie, bin ich schon mal über den Tisch gezogen worden? Bin ich schon mal gehackt worden? Übersetzen wir es mal ganz frei. Troy Hunt ist ein Australier und ein australischer IT-Sicherheitsexperte, der es gut mit uns meint. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen und er hat diese Webseite aufgebaut und sie gilt mittlerweile als Standard. Viele, viele Passwortmanager-Anbieter zum Beispiel kooperieren mit Have I Been Pawned. Hier werden nämlich bei Have I Been Pawned werden in Datenbanken öffentlich zugängliche, gestohlene Informationen gesammelt und gespeichert. Also es ist ja so, wenn Daten geklaut werden, dann werden die in der Regel früher oder später verkauft. Im Darknet zum Beispiel. Da wird also Geld für bezahlt, weil wenn man Daten hat und man genau weiß, wie man ansprechen kann und soll und möglicherweise E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder sogar Passwortinformationen hat, dann sind die richtiges Geld wert. Und wenn die was älter sind, dann landen die Sachen sogar kostenlos im Darknet oder im Internet. Und diese Daten werden natürlich abgeschnorchelt von Betrügern, von Cyberbetrügern und Datenlieben. Und die missbrauchen diese quasi rund um die Uhr mit ihren Programmen. Und Have I Been Pawned versucht all diese Informationen zu sammeln, die öffentlich zugänglich sind. Und ich kann euch versprechen, da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Gucken wir mal hier auf die Webseite in englischer Sprache. 641 Webangebote sind bekannt, wo eingebrochen wurde und wo Daten halt gestohlen wurden. Und jetzt guckt euch das mal hier an und schnallt euch an. 12 Milliarden Accounts, also Konten sind betroffen. Ja, also es kann ja eine Person mehrmals betroffen sein. Das sind dann verschiedene Konten. 12 Milliarden Konten sind in den Datenbanken gespeichert. Und hier kann man sehen, dass das wirklich jede Menge Daten sind. Es gibt auch sogenannte, ja bei diesen Breaches, die haben oft Namen. Und da kann man dann sehen, wie viele Leute betroffen sind. Hier Collection Number One Accounts, 772 Millionen Konten, Verifications, I.O. Accounts und so weiter. Ihr seht hier Facebook Accounts, 509 Millionen Konten betroffen. Das war vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren. Da hat es auch Sicherheitslücken bei Facebook gegeben. Und da wurden im ganz, ganz großen Stil Daten abgegriffen. Benutzername, Passwort und auch die Mobilfunknummer. Und das wird im ganz großen Stil missbraucht. MySpace, das ist schon länger her, 359 Millionen Konten. Ein Dienst, den man heute gar nicht mehr groß auf dem Radar hat. Und das sind jetzt nur die mit den meisten Betroffenen Konten. Hier kann man also schon mal sehen, es ist eine riesengroße Sammlung an Datenbeständen, die in dieser Datenbank gespeichert sind. Man muss kein Techniker sein, um Hefa Bin Pond zu benutzen. Es ist ziemlich einfach rauszufinden, ob man selber betroffen ist. Und zwar muss man nur seine E-Mail-Adresse angeben, weil fast immer ist ja die E-Mail-Adresse auch der Name vom Benutzerkonto. Und ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, ihr hinterlasst ja hier wirklich nur die E-Mail-Adresse, sonst nichts. Mit der E-Mail-Adresse alleine kann wirklich niemand was anfangen. Und das ist eine Seite, für die sich viele, viele verbürgen. Und ihr müsst jetzt nicht befürchten, wenn ihr da eine E-Mail-Adresse eintragt, dass es dann Spam-Mails hagelt. Ganz im Gegenteil. Also ihr müsst da wirklich an der Stelle nur eure E-Mail-Adresse eintragen, um herauszufinden, ob ihr schon mal betroffen wart. Und das macht ihr einfach hier. Ich trage mal eine meiner am häufigsten verwendeten und leider auch sehr viel betroffenen E-Mail-Adressen ein. Das ist diese hier. Und das ist auch schon alles. Dann hier hinklicken bei Pond und dann gibt es auch schon gleich eine Übersicht. Bei mir wird es rot. Rot ist nicht gut. Und da steht Oh No Pond. Pond in 25 Data Breaches. Also ich war bei 25 von diesen großen Abschnorchelaktionen dabei. Und dann gibt es dann noch ein paar genaue Daten dazu. Zum Beispiel wo? Bei Adobe. Oktober 2013 ist zum Glück schon eine ganze Menge, lang eine ganze Weile her. Animoto, Anti-Public-Combo-List, Apollo, Bitly, Canva, Cove und so weiter. Dropbox. Also ihr könnt sehen, meine Kontoinformationen, LinkedIn, MySpace und so weiter. Meine Kontoinformationen sind leider schon ziemlich oft Opfer geworden von solchen Einbrüchen. Und wenn ihr dann hier reinguckt, könnt ihr eine ganze Menge erfahren, nämlich worum es sich eigentlich gehandelt hat. Wann war das Ganze? Bei Adobe. Oktober 2013. Wie viele Konten waren betroffen? Und man kann aber auch sehen, was alles abgeschnorchelt wurde. Die interne ID, der Username, die E-Mail-Adresse. Hier steht auch Encrypted Password. Das heißt also, mein Passwort ist in der Datenbank bei Adobe gespeichert, aber verschlüsselt. Das heißt, das Passwort kann man nicht ganz so einfach missbrauchen. Aber wenn man es entschlüsselt, hat man natürlich schon die Möglichkeit, dann diese Daten auch zu nutzen. Aber man muss sich die Arbeit machen, es zu entschlüsseln. Und deswegen ist es so wichtig, ein gutes Passwort zu benutzen. Denn ein gutes, solides Passwort, das knackt man nicht so einfach. Habe ich jetzt aber so ein Allerwelts-Passwort genommen, dann können die das natürlich ziemlich schnell knacken. Und mit diesen Zugangsinformationen dann in das Konto reingehen, wenn ich seitdem das Passwort nicht geändert habe. Und auch überall sonst, wo ich dasselbe Passwort benutze. Also ihr seht, hier gibt es eine ziemlich ausführliche Beschreibung immer, was da passiert ist, wann es war. Und nochmal hier eine Zusammenfassung. E-Mail-Adresse, Passwort, Hints, also auch die Hinweise, die man sich mal so geben kann. Du hast dein Passwort vergessen, was ist der Muttername deiner, was ist der Familienname deiner Mutter und so weiter. Oder hier, Compromised Data, Date of Birth, also das Geburtsdatum ist da zum Beispiel auch dabei, geografische Location und so weiter. Und so könnt ihr euch schon mal erst mal genau anschauen, wo ihr genau betroffen wart, wann das auch der Fall war und könnt auf diese Art und Weise auf jeden Fall euch schon mal schlau machen und sehen, wenn ihr nicht betroffen seid, ist das eine gute Information. Wenn ihr betroffen seid, ist es auf jeden Fall, und da reden wir gleich drüber, ein wichtiger Hinweis, dass ihr etwas unternehmen solltet. Ich kann ja auch mal eine andere E-Mail-Adresse probieren, die ich nicht so oft benutze, um mich irgendwo zu registrieren und hoffe, da sieht es besser aus. Ja, so sieht das nämlich aus, wenn es gut gelaufen ist. Good News, no Pwnage found. Ja, das ist eine großartige Sache. Ich hoffe, bei euch sieht es auch so aus. Aber die Befürchtung ist groß, dass auch ihr einen roten Bildschirm habt. So, bei dieser E-Mail-Adresse sind es weniger Informationen, Gravatar und Data Enrichment. Das sind also schon mal ganz, ganz wichtige Informationen. So, jetzt könnt ihr Folgendes machen. Wenn ihr hier nicht aufgetaucht seid, könnt ihr auf Notify Me gehen, auch wenn ihr aufgetaucht seid, könnt da eure E-Mail-Adresse angeben und sagen, ich bin kein Roboter. Und dann könnt ihr sagen, Notify Me auf Pwnage. Das heißt also, wenn ihr das macht, werdet ihr eingetragen. Ah, ihr müsst noch eine Bestätigungs-Mail kriegen. Ihr bekommt also eine Mail geschickt, damit ihr nicht irgendjemanden eintragen könnt. Da müsst ihr dann auf den Link klicken, um das Ganze zu bestätigen. Und dann seid ihr eingetragen bei diesem Dienst. Und wenn dann ein neuer Breach in den Datenbanken landet und eure E-Mail-Adresse taucht darin auf, werdet ihr proaktiv informiert. Das heißt, ihr müsst nicht jede Woche oder so auf der Webseite nachschauen, sondern ihr werdet proaktiv per E-Mail informiert, dass da was nicht stimmt. Und das ist dann ganz besonders wichtig, weil es sich dann um einen aktuellen Fall handelt. Und dann müsstet ihr auch etwas unternehmen. So, hier gibt es auch jede, jede Menge Informationen zu all diesen Data-Breaches. Also es ist wirklich eine Fundgrube, auch wenn man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigen möchte. Dann kann man auch, das ist auch eine sehr schöne Sache, herausfinden, ob ein Passwort auch schon mal entdeckt wurde, ob das schon mal geklaut wurde. Das ist eine wichtige Information. Habt ihr ein Passwort, das schon mal geklaut wurde, ist das keine gute Information. Es muss nicht unbedingt bei euch geklaut worden sein. Wenn ich ein Passwort benutze, das bei einem Menschen aus Indonesien geklaut wurde und da hat sich jemand die Mühe gemacht, dieses Passwort zu entschlüsseln, dann ist es leider relativ einfach, auch mein Passwort zu entschlüsseln, weil man diese Arbeit einmal gemacht hat, wenn ich dasselbe Passwort benutze. Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen deutlich erklären. Und deswegen könnt ihr hier mal ein Passwort eingeben, entweder eures oder eins, das eurem sehr nahe kommt. Das mache ich mal. Ich tippe mal ein Passwort ein, das ich bei einem meiner Konten benutze. Es wird natürlich nicht angezeigt. Und dann kann ich fragen, ist das schon mal gepont worden? Nein, dieses Passwort, das ich benutze, ist noch nie in einen von diesen Datenbanken aufgetaucht. Also auch nicht in den Fällen, wo meine eigenen Zugangsdaten geklaut wurden, weil ich natürlich mittlerweile ein neues Passwort habe. Benutzt man aber ein Passwort, das ein bisschen üblicher ist, ich gebe jetzt hier mal Password ein, das wird leider sehr häufig benutzt. Und Frage, ist das schon mal gepont worden? Ja, natürlich, das ist schon gepont worden und zwar schon 436.302 Male. Ich habe eingegeben Password mit großem P. Mit kleinem P ist es wahrscheinlich noch öfter, möchte ich mal wetten. Kleines P, Password. Ja, seht ihr, 9,6 Millionen Mal ist das schon benutzt worden. Macht das mal, gebt da mal euer Passwort ein. Und wenn das schon mal geklaut wurde, ist das ein Hinweis darauf, dass euer Passwort nicht gut ist. Das solltet ihr dann wirklich überdenken und durch ein neues Passwort ersetzen. Also auch das ist eine wichtige und gute Funktion bei Have I Been Pawned. Unter Passwords könnt ihr überprüfen, ob Passwörter originell sind sozusagen oder eben nicht und auch schon mal geklaut wurden. Also wer ist gepont worden, könnt ihr mal gucken. Ihr könnt aber auch gucken, also das ist jetzt für Techies, die können auch gucken, unter welchen Domains es schon solche Angriffe gegeben hat. Das Notify.me hatten wir und eben diese Information hier. Und was macht ihr jetzt? Das ist natürlich ganz wichtig. Was macht ihr jetzt, wenn ihr den Hinweis bekommen habt, ihr seid schon mal gepont worden? Ist das eine Sache, die schon sehr lange zurückliegt? Dann müsst ihr euch vielleicht keine großen Gedanken machen. Ich hoffe, ihr habt das Passwort irgendwann mal ersetzt. Ist es aber eine Information, die sehr frisch zurückliegt und das Passwort ist noch nicht geändert, dann ist es allerhöchste Zeit, das Passwort mal bei diesem Dienst zu ersetzen, also ein neues Passwort anzulegen und aber auch überall dort, wo ihr dasselbe Passwort benutzt. Wir sind ja hier unter uns, also deswegen sind wir ehrlich. Ich weiß, dass ihr dasselbe Passwort in mehreren Online-Diensten verwendet, ist leider sehr wahrscheinlich, auch wenn das natürlich absolut nicht angeraten ist. Ich habe euch hier nochmal ein Video verlinkt, wo ihr herausfinden könnt, wie gut euer Passwort eigentlich ist und wie gut Passwortmanager sich eignen, um dafür zu sorgen, dass man in jedem Online-Dienst auch wirklich ein anderes, eigenständiges, komplexes Passwort hat. Das wäre eine gute Gelegenheit, das jetzt mal einzuführen. Also seid ihr Opfer geworden, dann ändert das Passwort bei diesem Dienst und wenn ihr dasselbe Passwort schon öfter benutzt habt, auch überall dort, wo ihr das Passwort auch noch benutzt habt. Eins machen Betrüger sicher, wenn sie einmal herausgefunden haben, es gibt die Kombination Benutzername-Passwort, dann probieren sie es natürlich überall aus. Sie probieren es dann bei Dropbox, Amazon, Twitter, Facebook, Microsoft, wo auch immer aus. Das machen natürlich Roboter und gucken, ob sie da reinkommen, weil eben viele Menschen dieselbe Benutzerkombination an vielen Stellen verwenden. Und wenn ihr seht, eure persönlichen Zugangsdaten sind geklaut worden, die könnt ihr natürlich nicht ändern, Geburtsort, Geburtsdatum und auch die Adresse bleiben in der Regel natürlich gleich. Aber dann wisst ihr wenigstens, dass die Daten in die Hände von Betrügern gefallen sind und diese auch missbraucht werden. Und dann ist es ein guter Grund, etwas umsichtiger und vorsichtiger zu sein, wenn ihr eine E-Mail oder eine SMS bekommt, wo ihr mit Namen angesprochen werdet, wo vielleicht auch Benutzername oder auch sogar Geburtsdatum, Geburtsort und so weiter drin steht. Diese Informationen sind dann leider nicht mehr geheim. Die haben dann die große Runde gemacht und das kriegt ihr auch aus dem Netz nicht mehr raus. Das ist dann nur ein Alarmzeichen, dass ihr einfach vorsichtiger und umsichtiger seid, wenn ihr Nachrichten bekommt, um nicht in Phishing-Angriffe reinzutappen. Das ist die Seite HaveEyeBeanPoint, die ich euch zeigen wollte. Es gibt noch eine andere Seite, die ist ganz ähnlich aufgebaut. Die ist später auch aufgebaut worden vom Hasso-Plattner-Institut, HPI. Die ist in deutscher Sprache vielleicht für einige von euch, die sich mit einer englischsprachigen Webseite schwer tun. So sieht sie aus, Hasso-Plattner-Institut, der Leak-Identity-Checker. Adresse ist zek.hpi.de. Und auch da könnt ihr sehen, 12 Milliarden Nutzerkonten sind betroffen, 1733 Leaks. Das funktioniert ganz ähnlich. Auch hier gebt ihr eine Adresse ein und dann lasst ihr die Adresse überprüfen. Und es ist hier aber so, bei HPI bekommt ihr die Informationen nicht sofort angezeigt. Das ist vielleicht sogar fast noch ein bisschen besser, weil man auf die Art und Weise nicht rausfinden kann, ob jemand anders schon mal Opfer von solchen Angriffen geworden ist. Sondern hier bekommt ihr eine E-Mail und darüber dann indirekt könnt ihr erfahren, ob ihr betroffen seid. Ich zeige euch das mal hier. Hier ist der Leak-Identity-Checker. Da kommt die Mail und in der Mail kann man dann sehen, ob man betroffen war. Ergebnis ihrer Anfrage. Ihr bekommt also in der Mail und nicht auf der Webseite die Zusammenstellung. Und das auch in deutscher Sprache sehr, sehr übersichtlich, finde ich. Bekommt ihr das zu sehen. Hier Promo.com. Juni 2020. Ist noch nicht so lange her. Passwort Nein. Zunahme Ja. Nein, 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 nein. Betroffen. IP-Adresse. Es geht noch. Anon. Polizei Nordrhein-Westfalen. März 2020. Passwort. Betroffen. Okay. Und so weiter. Guckt euch das auch mal an in deutscher Sprache. Also das sind auch sehr wichtige Informationen. Hier kann man eventuell auch noch sehen, ob Kreditkartendaten, Kontodaten abgegriffen wurden. Das ist eine ideale Ergänzung eigentlich. Funktioniert aber eben über diesen Umweg. Ihr gebt eine E-Mail-Adresse ein und bekommt dann da die Informationen per E-Mail. Ihr könnt auch da eine E-Mail-Adresse hinterlassen und werdet proaktiv von HPI-Leak-Identity-Checker informiert, falls es neue Informationen gibt. Das ist ein super Paket für euch. So, was denkt ihr jetzt? Habt ihr das ausprobiert? Schreibt mir bitte auf, ob ihr es ausprobiert habt und was dabei rausgekommen ist. Wer hat gar keine Treffer und wer hat viele Treffer und wie geht es euch damit? Das interessiert mich wirklich sehr. Das ist nämlich immer auch so ein Aha-Erlebnis bei meinen Seminaren. Dann sind die Seminarteilnehmer oft erstaunt, wie oft sie betroffen waren oder auch erfreut, wenn sie mal nicht betroffen waren. Und das liegt ja wirklich nicht an euch. Was muss man sagen? Wenn ihr hier viel betroffen seid, wenn ihr bei vielen Online-Diensten angemeldet seid, weil ihr das intensiv nutzt, ihr habt ja keine Kontrolle darüber. Ihr vertraut den Unternehmen aus gutem Grund die Daten an und die schützen die Daten nicht gut genug. Es ist nicht euer Fehler, wenn ihr in vielen Stellen aufgelistet seid, sondern es ist nur ein Zeichen dafür, dass es leider immer noch weit verbreitet ist, dass Online-Dienste und Firmen die Daten nicht ausreichend schützen. Diese beiden Dienste helfen euch dabei, Transparenz zu schaffen und mitzubekommen, ob und wo ihr Opfer geworden seid. Wie gesagt, schreibt mir das gerne auf und liked das Video und gebt es auch gerne weiter, damit andere davon erfahren, denn dann ist allen genützt. So, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und ich hoffe, ihr habt ein paar wichtige Erkenntnisse entdeckt und gefunden und beerdt mich beim nächsten Mal gerne wieder. Bleibt neugierig, liebe Netzneugierige. Bis demnächst. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.